Jo, der Putzmann hier. Ich bin jetzt auf einem der relativ ersten Parkplätze, die ich hatte. Und zwar hier war ich auf dem, und zwar das ist die Richtung vor kurz vor Martinstein. Ein toller Parkplatz, habe ich immer gesagt. Hier penne ich heute auch Nacht und ich bin auch wirklich relativ betrunken. Diesen Parkplätze ich ständig, wenn ich am Laufen bin. Also ich mache Ausdauertraining. Jetzt könnte jeder denken. Ja, jetzt könnte meiner Theo D. Redica. Ja, ich habe ihn abonniert, ich kenne ihn, seinen Namen. Was der von Ausdauertraining hält, weil ich habe nur seine One Piece Videos gehört. Ich habe noch nie ein Fitness Video von dem mir angeschaut, ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, was würde sich ein YouTuber wie der One Piece Theoretiker, der hat doch kein Interesse an einem wie mir. Ich gucke mir One Piece an, ich kenne die Serie, ich habe durch Skype ja ein paar Videos schon gemacht, aber der hat doch kein Interesse an mir. Niemals würde der sagen, ich fahre den Hund zurück und den Sohnwald und mache da Fitnessdrehen. Das würde der nie machen. Aber warum geht der heute nicht? Ich penne hier auf diesem Parkplatz, wie gesagt, zwischen Martinstein und Bad Sobernheim, weil ich müde bin und weil ich mir genug zu saufen geholt habe. Essen habe ich auch da, also ich muss mein Handy ein bisschen laden, deswegen gibt es nicht ganz so viel Action wie Airparted, aber ich hoffe, dass es läuft. Also dann, haut rein, wir hören voneinander und wir sehen wahrscheinlich noch mehr voneinander. Ciao.